So, heute ein kleiner Reibkopfknaller-Test. Und zwar teste ich heute die deutschen Knaller aus dem Bombastika-Set. Die Pyro-Kracher von Pyromax, rot und schön lang. Dann die Reibkopfknaller nach Harzer Art von Keller. Und die Pyro-Petade von WECO, vom Aldi. Okay, viel Spaß. Okay, wir fangen an mit dem deutschen Kracher aus dem Bombastika-Set. Jetzt kommt der Reibkopfknaller nach Harzer Art von Keller. Als nächstes geht es weiter mit dem Pyro-Kracher von Pyromax. Und zu guter Letzt die Pyro-Petade von WECO bzw. von Helios, vom Aldi. Jetzt. Okay. 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 Wir fangen mit dem mal mitzuret auf. Bin pass, Wir fangen an! Schreien mit Bedeuuftern an!